hallo leute hallo leute hier der youtube channel für spaß und finanzielle frage und freude kennt ihr den hallo leute gerald hörhorn investment bank akademie sehr guter channel wenn es um immobilien geht sucht mal gerald hörhorn investment bank akademie heute hier schaut mal das ist ja echt brutal ich bin ein kleiner hotelier 11 aktive appartements auf rbm booking com expedia heute habe ich sechs neue appartements dazu getan also gestern abend mit smoo mit meinem channel manager ist ein geiles startup unternehmen aus berlin mit denen habe ich telefoniert und die haben mir geholfen weil ich habe ja sechs appartements übernommen und ich habe noch nie appartements übernommen mit buchungen und so weiter also haben sie mir geholfen weil alleine kann man das gar nicht machen die müssen da irgendwas freischalten von dem anderen account zu meinem account blablabla ich will euch nicht langweilen 11 aktive appartements ab dem ersten fünften ja geht's ab drei mitarbeiter übernehme ich von dort wie vereinfache ich mir das leben jeder mitarbeiter bekommt die ein link zu crewmeister crewmeister app das ist eine zeit stopping app bis fünf mitarbeiter zahlt man nur zehn euro und dann kommen die mädels sind alles junge coole mädels sie kommen rein drücken start arbeiten ihr ding ab drücken stopp und dann haben wir eine zeit und ich muss es nicht in excel listen eingeben somit spare ich mir unheimlich viel zeit und die mädels machen nur start stopp ich sehe das und zahlt ihr aus ganz einfach und was noch 450 euro kräfte und jede mitarbeiterin bekommt zugang gast zugang zu smoo bu zu diesem ding und wird dann sehen wann es eine buchung gibt da muss man auch nicht kommunizieren hallo also die frau meyer kommt am mittwoch und geht am dienstag und woche später dienstag und dann kommt die frau müller aber das sehen die alles selber auch automatisiert und dann gibt es jetzt noch kriegieres appartement von mir automatisierungs e mails beim buchen dann ein tag oder am tag der anreise gibt man der zweite e mail und der dritte e mail nach der abreise blablabla schauen sie sich das an falls ihnen das gefällt da tue ich ja noch vielleicht noch digital link zu irgendeinem produkt und so weiter also automatisierungs e mails muss ich noch erstellen preise habe ich jetzt mit preis labs alles synchronisiert und crewmeister app den mädels geben und den mädels zugang gast zugang zu smoo bu damit sie sehen wann jemand kommt und dann geht's los und wir machen weiter wenn das ding steht das muss ich jetzt erst mal meistern weil das ziel ist eine million einnahmen pro jahr also umsatz und da sind wir noch ein paar apartments davon entfernt aber jetzt muss ich mich mit diesen neuen sechs apartments zurecht finden das erstmal checken alles wenn alles gut läuft dann werde ich mir gedanken machen weitere objekte aufzunehmen um die eine million pro jahr zu schaffen in diesem sinne danke fürs zusagen liken abonnieren und bis zum nächsten mal